So, Ladies and Gentlemen, DJ Edo und ich sitzen gerade bei mir in der Lounge. Im Hintergrund seht ihr das schöne Plakat, 10 Jahre DJ Steve O. Ich hoffe, ihr kommt vorbei am Samstag, 16. Januar 2016. Wir beiden werden für euch den Abendgestalten der Black Lounge mit verschiedenen Richtungen aus der Hip-Hop-Szene, aus der Black-Szene. Für alle Leute ist was dabei, für die Ladies, für die Männer würde ich sagen, präsentieren wir beide euch verschiedenen Bereiche und lassen es da richtig krachen an den Plattenspielern. Wir heizen die richtig ein, wir heizen euch ein, wir heizen den Abend auch ein, wir heizen die ganze Party ein, die ganzen 10 Jahre DJ Steve O. Wollen wir richtig krachen lassen und den Laden auseinander nehmen und bis zum Ende, bis in die Morgenstunden mit euch richtig feiern. So, ja, vielen Dank immer an alle, die uns bei dem Event unterstützt haben, mit Facebook Werbung geteilt, den Flyer mit bewertet, gefällt mir gedrückt. Die Leute, die mit uns unterwegs waren, die mit uns Werbung außerhalb Gießen, in Gießen gemacht haben. Vielen Dank an das AMAX-Team, die uns da auch unterstützt haben. Joa, schöne Grüße an euch alle, an meinen Mann Rudy. Joa, wie gesagt, 10 Uhr geht's los. Von 10 bis 11 Uhr habt ihr Doppeldecker. Das heißt, ihr kommt bis 11 Uhr, erhaltet an der Kasse ein Bändchen und könnt den ganzen Abend, ja, das Motto oder das Angebot annehmen, Doppeldecker zahlt einmal für zwei Getränke, also zwei für eins, ist das Angebot. Also wie gesagt, schaut zwischen 22 Uhr und 23 Uhr bitte vorbei und dass wir dann schon richtig mit euch loslegen können um diese Uhrzeit und mit euch was trinken können, mit euch feiern können und fragen nicht was. Also ich, wie gesagt, ich bin aufgeregt, es sind noch drei Tage, ich freue mich richtig, dass mein Mann DJ Hietto auch dabei ist, dass wir zusammen mal wieder richtig mal auflegen können an die ganzen Nacht. DJ Hietto macht jetzt auch schon über vier Jahre Musik. Joa, wie gesagt, liked mal unsere Fanpages von mir, von DJ Steve O und DJ Hietto bei Facebook. Joa, was will ich euch noch mitteilen? Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich lasse uns mal DJ Hietto was erzählen dazu, weil der möchte auch was sagen. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall Leute, ich freue mich schon riesig herrwürde drauf auf dieses Event am Samstag. Ich hoffe, wir werden uns alle da sehen, es wird eine fette Party werden. Beste Black News natürlich werden wir da an dem Abend präsentieren. Und ja, ich würde nur sagen, drei Tage, macht euch ready und wir sehen uns. Peace out, wie gesagt. Peace out, check out. Teilt das Video, macht mir mal richtig Werbung, unterstützt uns nochmal echt richtig. Würde mich freuen, wenn ihr alle kommt. Und ja, damit wir am Samstag ab 10 Uhr richtig Gas geben können, richtig feiern können und sagen, DJ Steve O, 10 Jahre Part 1 in der Partition allemal, das war richtig hammergeil. Joa, bis bald. Und bis dahin, ruht euch aus, genießt noch die drei Tage. Ich würde sagen, ich freue mich. Und nicht vergessen, auf jeden Fall, kommt bis 23 Uhr, ihr alle Sporten im Bändchen und die ganze Nacht bekommt ihr Doppeldecker, wie es schon Steve O gesagt hat. Also, was will man noch mehr? Haut rein. Macht's gut. Bis bald. Ciao.